Gewalten grüßen euch! Geh! 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 Dein Traker verteidigt sich... Krassus, es ist mehr ein Rätsel, wie es zu meiner Ernennung kommen konnte, ohne dass Chaos davon erfahren wird. Ich habe Feuer mit Öl bekämpft und hinter seinem Rücken den Senat bestoppt. Ich glaube, der mit dem Dreizeit. Geh! 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 Töte dich nicht. Töte ihn! Was soll denn das heißen? Töte ihn! Töte ihn, du Dummkopf! Was ist denn? Du sollst ihn töten! Ah! Töte ihn, du Dummkopf! Töte ihn, du Dummkopf! Töte ihn, du Dummkopf! Töte ihn, du Dummkopf! ,